Mit unseren Brandmeldeanlagen bzw. Löschsteuerzentralen schützen wir Menschen, Maschinen und Güter. Wir sorgen für einen effektiven Brandschutz in privaten, gewerblichen und öffentlichen Gebäuden, europaweit. Unwiederbringliche Werte und ein hohes Publikumsaufkommen wie hier im Historischen Museum in Frankfurt am Main stellen höchste Ansprüche an den Brandschutz bzw. die Prävention. Viele der Exponate sind weltweit einzigartig und von hohem wissenschaftlichen, ideellen und materiellen Wert. Für den Neubau entwickelten wir gemeinsam mit dem Museum und einem Systempartner ein umfassendes Brandmeldesystem, das jede Unregelmäßigkeit sofort detektiert und, falls erforderlich, alle geeigneten Gegenmaßnahmen koordiniert und auslöst. So werden zum Beispiel jede verdächtige Temperaturveränderung, Gasaustritt, ungeplante Eingriffe durch Menschen oder technische Störungen zeitnah identifiziert. Das Ergebnis unserer Arbeit – maximale Sicherheit für Museum und Publikum. Und was können wir für Sie tun? Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Ihr ELEX-Team DANGER Untertitelung des ZDF, 2020